Jetzt komme ich zum Thema, wie aktiviere ich eine Kühlweste bzw. wie funktioniert das Ganze überhaupt. Es ist so einfach, dass man es fast nicht glauben möchte. Es funktioniert nämlich einfach mit Wasser. Stellen Sie sich vor, entweder Sie nehmen das wirklich als Wasserflasche oder Sie stellen sich vor, es wäre jetzt ein Wasserplan. Das heißt, Sie machen nichts anderes als die Kühlweste und es ist völlig egal, welches Modell Sie haben. Das ist das mit dem Reißverschluss. Sie können das aber genauso mit diesem Modell machen. Allerdings nehmen Sie da vorher den unteren Teil ab. Er ist mit dem Reißverschluss abnehmbar. Oder auch mit dem T-Shirt oder mit jeder anderen Kühlweste von IQ-Line. Sie nehmen die Kühlweste und halten die einfach unter dem Wasser ab und lassen das Wasser drüber laufen. Dadurch sehen Sie sofort, an den Stellen, in denen Wasser genetzt wird, sinkt es sofort in das Material ein. Und zudem ist es etwas dunkler. Das heißt, Sie sehen sofort, habe ich in dem Bereich meine Wäste schon aktiviert oder nicht. Dann machen wir das im Prinzip überall, über den ganzen Bereich. Natürlich auf der anderen Seite genauso. Das geht natürlich mit dem Wasserhahn noch viel einfacher. Angenommen, Sie wollen die Wäste eintauchen ins Wasser, weil Ihnen das besser gefällt oder für Sie einfacher ist. Ganz wichtig, nur eintauchen und wieder raus. Schluss. Nicht liegen lassen, nicht länger, nur rein und wieder raus. Dann, ganz wichtig, natürlich das überschüssige Wasser ausdrücken. In den Waschbecken geht es dann ganz wunderbar. Sie müssen einfach nur festdrücken. Damit ist das Restwasser schon draußen. Es tropft schon gar nicht mehr. Dann nehmen Sie im Prinzip jedes einfache Handtuch. Sie können aber auch die Kleenex von den Badezimmern verwenden. Sie können alles nehmen, was irgendwie nach Handtuch oder entsprechenden Feuchttüchern aussieht und wickeln es ein. Ganz wichtig, Sie drücken dabei wirklich schön fest. Dabei drückt sich das Wasser in die Struktur des dreidimensionalen Kuhlein-Materials rein. Und es ist dann schon fertig. So können Sie die Kühlweste bereits in einer Minute anziehen und bleiben immer kühl über den ganzen Sommer. truths morgan sein. Doch dies ist ein ger secretary.